Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Koppelt, hinter der Kamera und vor der Kamera Paradies Nummer 15. Wir haben ja herausgefunden bei Lubera, dass es, wie gesagt, nicht die Wahl zwischen Himmel und Hölle gibt, sondern die Auswahl aus 17 verschiedenen Arten des Paradieses. Und eins haben wir hier gebaut, alles aus kompakten Obst- und Beerenpflanzen. Hier im Vordergrund haben wir Mini Pfirsiche und Mini Nektarinen. Und dann in der Mitte haben wir die Low Berries, die Low Berry Brombeeren, Little Black Princess gepflanzt. Kann man sich das vorstellen, konnte man sich das früher vorstellen, eine Brombeer, also kleiner Busch, wird nur bis zu circa 80 cm hoch, nicht höher. Und ganz im Vordergrund zwei neue Apfelsorten von uns, die wahrscheinlich auch ins Low Fruit Sortiment kommen werden, weil sie unter einem Meter groß werden. Das ist noch eine Zuchtnummer, die erst in den nächsten Jahren auf den Markt kommen wird. Also ein ganzes Paradies-Gärtchen, eine ganze Versuchung aus lauter kompakt kleinbleibenden Pflanzen, die mindestens die nächsten Jahre unter einem Meter bleiben wollen, sollen, wie überall rundherum als Hecke gepflanzt, Ilex Dark Green, der Buchsersatz. Und hier das kleine Podest, der kleine Eingang ins Paradies, von dem aus man nachher in einigen Jahren dieses kleine Paradies, das Paradies Nummer 15, bestaunen kann. Warum sind diese Mini Apfelbäumchen hier noch so nackt? Das ist eben eine Neuzüchtung, die bei uns aus der Züchtung aus der Baumschule kommt, noch nicht als Containerbaum angezogen wird, auch noch nicht auf dem Markt ist. Und deshalb haben wir aus unserer Versuchsvermehrung, Vorvermehrung, hier zwei Bäumchen abgezweigt, die wir in Ippenburg, auf Schloss Ippenburg, in unser Paradies Gärtlein Nummer 15 gepflanzt haben. Verloren im Labyrinth, aber ich weiss den Weg. Hier geht es zu Lubera.com, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht es zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten geht es zu Gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter. Gartenunterhaltung 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 Gartenunterhaltung